Hi! Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es geht um einen gewissen Herrn Jona, der vom Chef, äh, von Gott nach Niniveh geschickt wurde. Jona meinte, okay, Chef, und ist direkt in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Tarsus gelaufen. Das fand Gott natürlich nicht so prickelnd, und dann hat er einen Wal geschickt, der den Jona gefressen hat, und dann doch in der Nähe von Niniveh ausgespuckt hat wieder. Hella Heizmann hat das von einer neuen Seite besichtigt. Sie hat sich nämlich überlegt, wie das ist, wenn der Wal die Geschichte von Jona erzählt. Und es klang dann ungefähr so. Da rutscht etwas durch meinen Schlund, Schwab-Dabe-Dabe-Dudai. Ich glaube, das ist ungesund, Schwab-Dabe-Dabe-Dudai. Ich bin ja schließlich nur ein Waler Mensch, im Bauch ist eine Qual. Schwab-Dabe-Dudai, der Mann da drin ist abgehauen. Schwab-Dabe-Dabe-Dudai, der hatte wohl kein Gottvertrauen. Schwab-Dabe-Dabe-Dudai, und jetzt ist er in meinem Bauch in großer Not, und ich bin's auch. Schwab-Dabe-Dabe-Dudai, der Jona ist in großer Not. Ein Mensch im Bauch ist wirklich eine Qual. Moment, ich höre ein Signal. Schwab-Dabe-Dabe-Dudai. Gott spricht zu mir, dem blauen Wal. Schwab-Dabe-Dabe-Dudai. Er sagt, schwimm hin zum nächsten Strand und schmuck den Jona an das Land. Er sagt, schwimm hin zum nächsten Strand und schmuck den Jona an das Land. Schwab-Dabe-Dudai. Hey, Jona, alter Freund, bye-bye. Schwab-Dabe-Dabe-Dudai. Jetzt sind wir beide froh und frei. Schwab-Dabe-Dabe-Dudai. Und wenn ich dir was raten kann, lauf Gott nicht weg, sei doch ein Mann. Und wenn ich dir was raten kann, lauf Gott nicht weg, sei doch ein Mann. Schwab-Dabe-Dudai. Ba-Dabe-Dab-Dab-Dada-Dab-Dada. Ba-Dabe-Dab-Dab-Dada-Dada. Ba-Dabe-Dab-Dab-Dada-Dada-Dada. Was Gott dir sagt, ist gut für dich und mich. Also vertraut auf Gott. Habt keine Furcht. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Macht's gut. Vielen Dank, Herr. Das stimmt's nicht滑 mir nach. Nicht Mann. haben Start-Spray. the